Gemeinsam für Drohnenreich. Wieso ich jetzt Drohnenreich betone? Es gibt eine Verfassung. Es gibt eine Verfassung und es steht im Artikel 146.SGG geschrieben, wenn die Verfassung, ich mache es mal kurz, von Menschen unterschrieben wurde oder gesegnet wurde. Und das wurde sie. Die Verfassung von Teilen 70 wurde von Menschen geschaffen. Das ist so. Jetzt zähle ich mich erstmal durch. Jetzt komme ich nochmal auf deine Verfassung und die Versammlung zurück. Die Verfassung neben der Versammlung, das hört sich erstmal toll an. Aber es ist eine Kriegsliste, eine Enttäuschung von Wolfsburg und anderen Leuten. Wer hatte das Recht, eine Verfassung zu geben? Sind wir das Volk? Wir sind nicht das Volk. Ich habe es hier schon mehrmals in der Straße gesagt, wir sind kein Volk. Wir sind kein Staatsvolk, wir haben kein Staatsgebiet, wir haben keine Staatshoheit. Wir sind Sklaven, wir sind Personen, solange wir hier keinen Friedensvertrag haben und nicht in unsere alte Verfassung zurückkommen, können wir hier 20 Spazierge, 100 Spazierge, 1000 Spazierge machen. Wir kommen damit nicht weiter. Aber das habe ich ja schon sehr oft hier gesagt. Jetzt nochmal was zu dem Verbot von vorige Woche, oder was Sie jetzt als Verbot ausstellen wollen. Ja, ich bin einer von denen, die den Berg an Klümmen hat, Boku und Zollern, um meinen Prinz zum Geburtstag zu gratulieren. Und ja, ich trage die Fahne schwarz-weiß-rot. Die trage ich, weil ich mich als deutscher fühle. Jetzt wollen Sie jedenfalls die Reichskriegsfahne verbieten. Erstmal tragen wir gar nicht die Reichskriegsverlange, obwohl wir den Kriegszustand jemanden tragen müssten. Aber wir tragen die Reichskriegsfahne. Wollen Sie es auch verbieten? Erklär mal warum. Ich behaupte, erklär mal die Frage. Geht gleich los. Dann wollen Sie es alle Symbole des Karlsreichs verbieten. Mittlerweile wollen Sie auch die BRD-Fahne selber verbieten. Weil ein Sowecke wie Tobi Engel mit der BRD-Fahne rumrennt. Werde ich gar nicht. Aber jetzt zur WM darfst du wieder, ja? Zur WM darfst du, zum Fußballspiel darfst du. Nur politisch darfst du nicht. Ja, Uwe hat recht, die Flangen werden verbunden, weil die mit dem Nazireich verbunden werden. Aber wie ich schon so oft gesagt habe, ich bin der Nazi, ich bin der Reichsbürger. Ich habe das schon so aufgeregt, dass ich das jetzt eigentlich nicht bräuchte. Die Staatssekretär kennen mich. Erklär warum. Also ich kenne das so und ich würde gerne Auskunft erhalten. Ich muss dazu sagen, wir müssen wahrscheinlich alle neu anfangen, in eine andere Richtung zu denken. Erklär mir bitte Schwarz-Weiß-Rot. Schwarz-Weiß war die ursprüngliche Fahne. Die ursprüngliche Fahne. Die Farben Schwarz-Weiß und Weiß-Rot zusammengefügt als ursprüngliche Fahne des Norddeutschen Bundes. Und nach 1871, nach dem Sieg über Frankreich, wurden dann die Farben Schwarz-Weiß-Rot als Nationalfahne des Deutschen Kaiserreiches eingeführt. Und sie sagt, diese Fahne führen wir weiter. Die hat mit Adolf Hitler nichts zu tun. 1933 wurde ihnen Schwarz-Weiß-Rot verboten. Es galt nur noch die Hakenkreuzfahne. Und sie sagt, wenn jetzt Regierungsleute und Presseleute sagen, Schwarz-Weiß-Rot ist eine Nazi-Flage, dann sind die vollkommen auf dem Holzweg. Das war es, was ich hier einmal zu sagen habe. Einen anderen Beitrag bringe ich später. Ich will mal los noch dazu ergänzen zu Schwarz-Weiß-Rot. Die DDR, damals noch unter sowjetischem Besatzungsrecht, hatte 1948 als Staatsflagge Schwarz-Weiß-Rot. Muss ich noch mehr sagen? Wir haben die Schwarz-Rot-Goldene 1949 dann angenommen. Und sie wurde später mit dem Hammer-Zirke-Ehrenkranz vervollständigt, wenn wir mal so sagen. Der Grund, warum Schwarz-Rot-Golden angenommen wurde, war nur ein einziger. Man wollte die Spaltung Deutschlands nicht bewusst machen. Und darum war die DDR damals, war es ja noch die sowjetische Besatzungszone, so fair, und hat die Schwarz-Rot-Golden angenommen. Dass es zur Spaltung kam, ist eine andere Sache. Die BRD wurde eher gegründet als die DDR. Also ist die Spaltung nicht von uns ausgegangen. Danke. Von dem an der Spaltung, wie Ilona das gerade angesagt hat, die Fahne, Schwarz-Rot, bedeutet deutsches Kaiserreich, ja. Wenn wir mal den Kaiserreich wegdenken, sie gehört den deutschen Ländern, den ewigen Bund. Und das genau ist das, was sie schweiten wollen. Sie wollen nicht, dass wir uns vernetzen, dass wir Brüder sind, dass wir Schwestern sind, dass wir für einzig kämpfen, das wollen sie nicht. Sie wollen es klein halten. Und darauf verbieten sie alle Symbole. Und sie werden auch dir die Fahne verbieten, sie werden uns die Fahne verbieten, das nächste Mal werden sie Luftballer klein oder was weiß ich. Oder meine schwarz-reiten-rote Kleidung, bewusst gewählt. Dann wird es wie in China kommen, dass wir alle blaue Arbeitsanzüge anhaben und die Männer müssen dazu noch eine Arbeitsmütze tragen. Jedenfalls müssen wir umdenken, wir müssen auf die alten Fundamente zurück. Es heißt doch nicht, dass der Kaiser für ewig bleibt. Aber der Kaiser brauchen wir für die Unterschrift des Friedensvertrags, weil es der einzige Souverän in ganz Deutschland ist. Und wenn der Kaiser unterschrieben hat und dann sagt, der WKK-Kaiser sei, dann liegt es an uns Volk, zu entscheiden, wie wir es nicht reformieren. Aber wie wir haben, Verfassung, wir haben alte Fundamente, wo wir Zugriff gehen und davor haben sie Angst. Darum wollen sie es verbieten. Der Konkulores, Impfpflicht und was alles erfinden, das ist nur vorweilend. Achso, Uwe, noch mal was zu UN, wo ich es abnehme. Alle reden ja von der vierten Welle. Ihr könnt gerne bei UN reinklicken. Jeder hat Internet, lest nach. Die vierte Welle steht schon drin. Da brauchen wir gar kein Datum dafür. Sie steht geschrieben. September 2021. Vierte Welle. Also wie gesagt, lest mal drüber nach. Legt drüber nach. Ich bin kein Nazi, ich bin kein Reichsbörner, das habe ich schon erwähnt. Sondern wir sind ein bisschen Menschen, wo ich fühle als Menschen. Ich habe Eimattnähe, Heimattreue, das sollte für euch jugendwichtig sein. Eimattnähe, Naturtreue. Was die alle verlernt haben. Was auch wir verlernt haben. Und wenn keiner es wünscht, mache ich nächste Woche mit Kaserreich weiter. Danke.